hallo und herzlich willkommen jetzt bei work as a resources soviet republic wir starten hier in putzki wo wir letzt mal aufgehört haben für mich ist allerdings ein neuer tag eine aufnahme ich muss mich daher ein bisschen wieder rein fummeln wir haben eine menge geld auf die hohen kanche und was mir gerade aufgewaltigt ist dass wir hier durch den kompletten straßenfluss verbrauchen haben entschuldigung aber wenn man durch wir auf fährt kommt man da durchaus noch an welches richtig sehr dann dürfen wir jetzt immer noch nicht dieses anschlussstück renovieren wird kommen dann nämlich nicht mehr dran okay was ist hier los kommt hier keiner beauftragt mein putzki nervt wirklich mit dem bauen definitiv sollten wir da mal demnächst habe ich das habe ich jetzt ja geklickt aber ich ist noch so ein ding okay definitiv sollten wir da oben am berge wo wir zugange sind schleunigste weiterkommen allerdings wird das noch ein bisschen dauern denn wir asphaltieren ja da fröhlich und asphaltieren wie ihr wisst dauert ein bisschen was hier laufen die laufen nicht zur straßenbaustelle die laufen alle hier hin zur schule aber das ist auch schön man hier auch bald gebildetes personal okay hier ist wie gesagt eine menge kam im baum das wird alles noch sehr sehr lange dauern bis es fertig ist kommt ein kipper mit was mit kies der boot am straßenverlauf weiter okay irgendwie behakt ist mir nicht dass man jetzt hier so fahren muss aber kriegen wir hier nicht näher ist doof da ist eine fabrik für mich jetzt die straße was sie läuft kriegt es vielleicht etwas schlanker noch dass sie ist ja schon die straße wir lassen das ist jetzt machen wir nichts mehr okay wir haben gleich beim großen feuerwehrcheck und den haben wir abgeschlossen für fast alles ja noch zwei fragen offen was die feuerwehr geht und zwar einmal die gesamten großraum putzki wo wir jetzt aber nicht weitermachen sondern wir machen weiterhin tragen auf wiese unserem farmedistrikt der gewisse schwierigkeiten bei der feuerwehrabdeckung hat weil sehr großflächig sehr weitläufig angelegt und entsprechend schlecht abzudecken wenn ich ein bisschen verwirrt klickung ist auch ein dicker staura damit wussten nicht dass wir vielleicht gut wir haben hier natürlich auch baustellen das mag daran liegen und wir machen hier inzwischen relativ viel ich das war vielleicht mal was bringt die größere buchseite stelle sehr gar keiner warten das ist ja ja wobei eine größere buchseite würde bringen dass da mehr busse gleichzeitig einfahren können kriegen wir aber nicht hin gecavige diese buchseite ist sehr sehr wichtig ich überlege gerade ob wir hier trotzdem irgendeine verwässerung verkehrsfluss hinbekommen das problem ist ja dass der bus jetzt hier wo der wendet auf der stelle und fährt wieder zurück kommen wir nicht von da oben rein ich glaube aber das ist einfach so werden wir nicht im krieg wahrscheinlich ist jetzt auch nur gerade so kleine auflaufen die baustellen fahrzeuge zwischendrin gewesen sind also wir sollten dabei zeit noch mal darauf zurückkommen aber ich glaube dass das jetzt keine riesen schwierigkeit ist die wir da haben hier sind 48 feuerwehrleuter maximum eingestellt das erscheint mir extrem viel ich glaube ich reduziere das ein kleines bisschen wir haben zwar offensichtlich die leute um das zu machen während sie mal auf die 33 hier ja wir haben auch die leute das zu machen aber es scheint mir trotzdem irgendwie verschwindet so viele feuerwehrleute einzusetzen wie weit kommt die feuerwache denn das habe ich jetzt vergessen noch mal nachzuschauen also nach hier ist ja alles easy going und kein problem überhaupt aber hier so hier auf dem lande wo kommen wir nicht daran ist die frage bekommt tatsächlich bis hier in diesem distrikt rein allerdings ist der äußersten zipfel noch so hier nein eigentlich ist es gar nicht so weit schau mal die können die direkt rausfahren haben dann hier eine schnellstraße wäre die frage ob wir die straße ausbauen dann wäre man ja auch schneller da das ist im prinzip eine ganz gute idee hier vielleicht einfach eine asphaltstraße daraus zu machen aber das endet eigentlich nichts an dem problem was wir haben nämlich dass hier dieser bauernhof keiner form von lösche abdeckung betroffen ist ich würde sagen wir bauen was was die bauernhof und dieses zentrum gleichermaßen abdeckt das bisher sein und jetzt müssen wir gucken wo wir das noch hinbekommen aber schön wäre ganz sicher wenn wir da irgendwo da war ja auch wieder heizen wollen mit einem mini elektrogenerator danke für die letzten kommentare übrigens ist sondern auch wieder wieder und wie immer an mr krabs aber auch viele andere der martin hat sich immer wieder gemeldet ja super ich komme nicht so viel dazu umzusetzen also ich habe auch eigene gedanken jetzt viel im kopf die ich natürlich jetzt ich habe jetzt geplant wie ich das hier machen möchte so im geiste also ich habe nicht aufgeschrieben aber ich habe eine gewisse vorstellung was ich tun will und ehrlich gesagt ist gerade etwas anstrengend alles privat auch das ein oder andere zu tun gut ich würde sagen hier ist ein ziemlich guter platz eigentlich direkt am strom wo wir noch schön ausgänge haben und wir wollen eben eine kleine feuerwehr bauen schauen wir mal was wir hätten eine feuerwehr hier müsste ja auch sein der modell also eigentlich sieht es ganz gut aus vielleicht hier so hin wäre doch nicht schlecht an die asphaltierte straße die hier runter geht oder wenn es denn passen würde wäre auch hier cool eben der tankstelle dann hier so praktisch gucken wir mal welche folge wollen wir denn haben erst mal vielleicht fangen wir doch damit an und die sicherlich finde ich echt jetzt schön und die sind natürlich auch schön aber die sind die sind groß eigentlich ist die very small fire station hier angesagt aber aber wir bauen die um das ding hier zu löschen für was anderes brauchen wir eigentlich gar nicht mehr brauchen die wirklich nur um diesen bau noch zu lösen und perspektivisch mal einen bau noch weiter hinten gebaut werden könnte aber auch nicht viel weiter hin und vielleicht hier aber das sind beides große gebäude und ich habe ein bisschen sorge dass ich die gar nicht gelöst kriege wenn ich hier mit so wenig power rangehe auch nicht ist das unbegründet wie sieht hier noch mal aus die small fire station hier also die kauf und von bauern ich weiß leider also doofe anzeige hier an der mut kann man leider nicht wissen wie viele feuerwehr autostellplätze da reinpassen ich nehme aber an höchstens zwei wenn ich sogar nur eins die Möglichkeit die ist zu fett für den zweck das hier ist die wohl die haben wir schon mal woanders stehen da waren drei feuer ich glaube dass das beste ja also auch wenn jetzt von der ästhetik her nicht nicht das aller coolste ist ich glaube die sollten wir da hin bauen oder was ist mit der ja die ist noch mal kleiner die passt hier sehr schön an die straße dran vielleicht guck die neben war die finde ich schick so machen wir es okay die wird gebaut außerdem wird gebraucht das kies jetzt hier kann man nicht erkennen doch kann man erkennen ist das falsch sehr gut warum wird hier keiner aber also okay der zugeordnet dauern soll dann brauche ich wie üblich wie üblich mein mini kraftwerk daneben hier brennt schon wieder was ein kochenspeicher in die viertrieb brennt da sollte ich mich muss man kurz mit beschäftigen aber wir waren wohl großen ja hier ist die feuerwehr putz hier habe ich habe ich noch nicht die feuerwehr abtüren geprüft aber ich dachte ich dachte das möchte auch für wir tun ich hoffe ich werde recht behalten mit dieser nahe also hier sind wir da ist auch eine easy peasy stromverbindung wir brauchen jetzt nur noch dieses kleine elektroheizwerk und idealerweise würde ich auch keine loshaltestelle bauen vorher schon gelöscht das geht schnell da habe ich ein gutes gefühl inzwischen ist aber du hast mir was geschrieben bezüglich der bus haltestelle mensch das gute plattformstation genau in diesem roten pack die soll gar nicht schlecht sein die wäre sehr klein weil das ding ist ich bin natürlich eigentlich gerne auch irgendwie platzieren wieso nicht schlecht aus dann nehmen wir die doch dann bauen wir die jeden fall ich brauche ja auch noch person also ich kann natürlich vorher direkt anfahren das hat es mir auch geschrieben weil das ding ist halt dass ich auch noch das heizwerk hier hin bauen möchte und dann wird schon denken ich glaube dass das nicht der weg ist den wir gehen wir werden das noch mal abreißen ein bisschen anders machen wir es noch aber im wesentlichen ist das also hier ist die bus haltestelle da kommen wir hinten mit dem fußweg raus habe ich gerade gesehen und dann bauen wir doch mal eine schöne asphaltstraße hier und die wir dann beide gebäude dran legen und eventuell das ist eigentlich so genau das darf das gebaut werden wir müssen aber trotzdem natürlich noch gucken ob das tatsächlich passt wie wir uns das vorstellen vorher ja nur die hat man weil die das glaube ja die würde da ist aber ich würde hier unten hinpacken weil das generator wurde glaube ich noch kleiner ist was dann vielleicht eher dahin passt aber wir können auch noch an den strom was tricksen müssen wir ich wollte gerade noch angeschlossen werden muss geht denn das hier das geht in den rein okay das wird eng mal schauen heizwerk das ist doch eine electric plant small hier kann man sich theoretisch hinstellen sehr theoretisch allerdings nur hier bist du mal zwei drei dinge verlegen es sei der wir kriegen es hier so hingepanscht auch nicht was würde fast passen hier glaube ich ich mache mal pause ich würde sagen wenn ich diese elektromasten abreißen dann reicht das schon fast und die muss ich eh gleich abreißen so hier wird es passen mit problem ist kriege ich den strom da noch rein ich habe da eine wirklich konkrete vermutung dem gebäude im weg das ist aber nachvollziehbar dass hier ein gebäude im weg ist das ding kommen wir ja wir kommen hier raus tatsächlich wir kommen hier raus und wir kommen hier sogar sehr sehr gut rein also können wie tatsächlich einfach mich hier rein kommen wir hier einfach raus können wir müssen ja einmal über die straße das können wir so knapp wie möglich machen und dann können wir tatsächlich einfach den dran ziehen okay und dann können wir hier wieder kommen wir hier ja wir kommen hier durch spektakulär wir können das verbinden super das sieht aber aus wie eine schippe mist das müssen wir noch mal ändern auch leute wirklich jetzt kommt die will ich aber heißen danke die doch gerade warum geht es jetzt nicht mehr es geht doch gar eben noch noch mal das kriegen wir jetzt auch hin also ich will hier so nah wie irgendwie möglich in die straße aha ja da ist es so anders das darf gebaut werden und das hier davon auch von rubeln und ist der strom weg und dann haben wir es hier eigentlich soweit ne das soll stehen wieder unsere beliebten dreiklang aus der stelle heizwerk und feuerwehr ich würde das tatsächlich verbinden wollen noch was irgendwie glaube ich ganz nett aussieht das hier rausziehen und dann wieso rangehen dann habe ich so ein kleiner kleine feuerwehr und den geschichte selbst gucken wir eben wie die bauten gedeihen die wir beim letzten mal gemacht haben für euch gestern also hier wird noch fleißig gebaut zur erinnerung was haben wir hier gebaut wir haben hier ein kleines heizwerk gebaut und was war es wohl nicht sein soll für das heizen von was noch mal ich habe es schon vergessen haben wir da ein heizwerk gebaut wir haben bestimmt einen grund dafür gehabt hat das deckt da oben mit ab naja alles klar das kommt bis da oben hin und dann kommt was da einfach anschließend das ist nachvollziehbar ich erinnere mich ja wenn man muss tatsächlich man hat jedes detail im kopf immer nach so hier das sieht ganz nett aus hier ist schon mal hier schon die walze am start sehr gut die straßen verschluss steht der andere ist zumindest im auftrag gegeben dauert natürlich im moment alles bisschen wobei die anschlüsse alle da sind jetzt hier straßen anschlüsse also hier wird durchaus schon was getan dann hat man nichts gemacht im restaurant auf kohler auf das auch noch was anbauen und zumal was hier ist auf jeden fall stau auf der straße aber hier passiert auch was da wird auch der anschluss gebaut zum neuen heizkraftwerk oder heizdingen wie man die profis das nennen heizdingen habe wir hier ja ich habe auch noch was gebaut und zwar und schaut mal leute da habe ich nämlich auch noch einen back drin hier ist noch eine feuerwehr die haben wir auch wunderschön angebaut aber die wird gar nicht mehr heizt am ende warum habe ich denn das gemacht dann müsste ich eigentlich schon wieder so ein bisschen hinbauen ne also lust habe ich da jetzt eigentlich gar nicht so viel drauf aber so ist das ja dieses kleine elektrik heizwerk das brauchen wir leider viel zu häufig aber dann machen wir das dann bauen wir noch mal die kleine bis heute stelle mir gerade angepriesen wurde die die brauche gar nicht zu bauen soll die leute kommen wir von jedem bus schon das haben wir eigentlich schon abgedeckt und erledigt warum eigentlich nur das heizwerk und aha mittels von auftrat und klar mit spaß deutschland mit über hier abzweigen kommen hier haben wir noch mittelspannungsmasten wieder oben noch irgendwo mittelspannung hier ist auch wieder entspannung was ist mein gott ist ja fürchterlich aus das wäre ja fast ein grund zu nehmen um die zu reorganisieren aber das ist ein deutliches stück mehr nehmen also das ist ja quatsch also wir bauen einen spannungs schalter wie so oft der würde sich hier sehr sehr gut machen was leider nicht möglich ist wir reißen mal zuerst ab wir kommen von da unten wollen da rein und dann wollen wir eine zweite mittelspannungsleitung legen die irgendwo vielleicht hier hinten auskommen ich würde sagen wir bauen den das ist doch beruf hier mit dem blöden aber es ist halt so wie es ist leute das gefällt mir überhaupt nicht ich will das hier hin bauen das ding deswegen werde ich jetzt hier noch mal den strommasten entfernen mittelspannungsleitung das sieht von der bodenheit nicht so gut aus sehr sehr hohbelig ich kann hier auch nichts planieren gerade hallo wieder läuft also heizwerk 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 was erzähle ich denn da mittelspannungs schalter will ich bauen so der soll eigentlich hier dran aber hier ist tatsächlich ein kleiner berg das kann ich hier nicht machen höchst ärgerlich das sieht nicht aus ne dann bauen wir hier hin halbwegs parallel zur strafe so etwa drücken sie lmb hier sind hier kann man da plötzlich doch drücken dann brauchen wir die mittelspannungsleitung die das da verbindet und die wünsche mir das da verbindet die weißen wir direkt wieder ab und bauen sie noch mal also richtig halbwegs gleich verteilt also dass das könnten sie auch etwas schöner vorgeben wie ich finde dass man jetzt muss ich wieder die hochschloss was das war ja eine riesen aufgerissen stadt gemacht habe ich hoffe das funktioniert das gebaut werden und jetzt müssen auch einiges an der die das müssen dass ich direkt anklicken können das mit rubeln geworden wird jetzt müssen wir auf jeden fall rubeln die ganze stoff so den kompletten bereich hier wo wir sonst gehabt haben das sollen jetzt muss ein hochspannungsmasten noch wieder verbinden vor die pause rausnehmen und zwar wirklich bis hier hinten habe ich das so schlecht gemacht das war eine das war durch eine kritische ecke mit hochspannungsmasken ich bin gar nicht sicher ob das so eine gute idee ist jetzt was wir hatten ja doch das geht das klima das klima guckte mal wie schön hier kriegen den masten hin in dieser e-totest stelle kommt der auto so und das müssen sich da wieder hier vor lassen oder nein gebäude im weg gibt es und ich hier so ein total bescheuerten mast bauen ja muss halten ja es ist ein mast mehr als vorher und ist auch nicht mehr ganz so schön aber wir brauchen das jetzt mal einfach hin das schöne moment ist für so so kosmetik und sowas haben wir jetzt richtig ressourcen weil wir brauchen das geld nicht mehr wir haben so viele einnahmen im moment und ich will den playstyle nicht verändern also das heißt ich werde nicht anfangen jetzt im großen stil autobau neubauprojekte zu machen sondern nur zu ersatzbauten werden geautobaut und sonst nix und also auch ich werde auch nicht anfangen irgendwie sowas hier zu autobauen oder so ist jetzt bei mir einfach gar nicht geben ich bin immer wieder überrascht warum diese sachen nicht gefunden werden und auch gott jetzt schicke ich aus putzki hier aber naja egal also das werden wir auf jeden fall nicht machen und wir bleiben noch ein bisschen die realismus challenge zumindest wenn ihr euch mal irgendwas ausgedacht habt und da eigentlich gar nicht mehr naja egal also ich bin auf den namen die realismus challenge hinaus ich muss sagen heute würde das display vermutlich anders nennen okay wir brauchen noch das kleines heizwerk das soll möglichst irgendwie hier ich wünsche ich das hierhin stellen was soll von der bushallestelle aus bedient werden was komplett locker bis dahin hin jetzt habe ich die scheiß bildspielung zu lassen aber das könnte man noch ändern das wäre nicht so schlecht schlimm da würde es nämlich auch noch hin passen und da würde es direkte neben der besorgten ständigen versorgen was erscheint mit attraktivere region zu sein müssen aber kurs mittelspannungsmasten verlegen also wir müssen eigentlich die beiden eingänge einfach nur tauschen dann müsste es schon gehen das heißt wir bauen den so mit dem bau beginnen und der dafür da so dann haben wir hier auch geheizt thermes glaube ich war nicht also mit vorhergeschnitten haben wir die vorherwärtsschung zuschauen wir haben vorher wie leute ich ja mal vorher wie leute besetzt wunderbar wir können ja löschen was das durchfällt falls unsere straßen und momentar bremmen weil mehr gibt es noch gar nicht hier sieht es mal hier die straßenwalze ist sie unterwegs das heißt das erste teilstück der grenzverbindung ist bald fertig und auf der anderen seite ist es schon fertig ja schon mal hier wird schon angeliefert kies kies wird weniger ist der kies verteilt schon ja sehr sehr schön also hier sind wir schon beim zweiten teilstück und hier sind wir dann auch bald bauen wir genau aus beiden richtungen jeweils ein teilstück die straße die ist ganz furchtbar und eine buckelpiste und so weiter die kann man vielleicht bei gelegentlich ausbauen aber irgendwie das halt ein natürlich durch den berg geht ich denke nicht dass die realität sowas vorgibt dass wir einfach jetzt wir brauchen dieses jahr hatte schon gerade straße landstraßen sie werden macht wo ich ja so ist hier die seilbahn fertig leute schon mal seit dem motor aus ausgeschaltet so weit so gut ich muss ihre fahrzeuge kaufen sondern da können wir reingucken 1000 sachen was gibt es denn hier alles hier gibt es schwere güterwagen für personenwagen stimmt aber gibt es ja auch noch ach ja das da kann man auch noch so coole sachen denn machen da muss ich echt auch mal was mit schon basteln mit güterwagen aber wir wollen erst mal mit personenwagen aber also jetzt frage wie funktioniert das wir brauchen da oben relativ viele leute weil es eine mine ist zehn passagiere zwölf passagiere vier passagiere es gibt keinen grund nicht die schwierigen personen wagen zu kaufen das ist version 2 der ist billiger und besser also ja wir werden die wo kaufen und zwar elf wagen ist das maximum dann kaufen wir elf wagen der seiler motor ist ausgeschaltet den kann irgendwo einschalten glaube ich ja genau warten soll er eigentlich doch warten soll man ja natürlich aber nur als arbeiter bitte dann kann es hier eigentlich bald los das fährt jede seilbahn aber niemand will hin ich würde fast sagen da wir da hinten jetzt schon wohngebäude und sowas bauen ne arbeit ja das ist glaube ich etwas zu früh hier schon davon zu träumen das in betrieb zu nehmen auch ist doch geil aus oder schau mal wir könnten mal so eine was war denn das für ein lustiger sound wir könnten mal so eine mietfahrt in der gondel machen kurz ganz toll also wie gesagt zwei waren schon ein paar mal drüber gesprochen sicherlich lebensnotwendig aber ich finde es sieht einmalig gut aus hier von weitem toll oder ich hoffe dass das richtig funktioniert hinterher und genutzt wird und so ich gehe jetzt tatsächlich glaube ich die gebäude warum die für die industrie gebäude frei weil ich die mine wirklich gerne über den betrieb nehmen ich schalte den bau der online außerdem von dieser förderer und dem uranerz speicher mehr brauchen wir noch nicht richtig sehe irgendwelche wie genug oder so ist alles gut aber dann könnte man die arbeiter hinschicken über die mine über die seilbahn die in die mine fahren und dann schon mal ein bisschen woran erst vorpuffern strom gibt es inzwischen ja auch vielleicht kommen daher schon mal zum ersten krümeln an oran keine sorge input die feuerwehr wird nicht vergessen da gehen wir jetzt flächen ansonsten wie sieht es ja aus mit der ganzen infrastruktur die hier im bau ist die rohrleitung die ist aus irgendwelchen gründen nicht weitergebaut wurden und die ist auch aus irgendwelchen gründen nicht verbunden mit der restlichen rohrleitung aber ich habe die begrüßt hoffen dass mit dem bau dieses sehr betauscht dass sich das erledigen wird hier ist ein umsprecher so noch gebaut und die ganze straße ist jetzt kurz vor schluss da hinten sind noch zwei drei segmente und dann haben was eigentlich also meine versorgungstrasse läuft einwandfrei mein sonstiges straßennetz ja das könnte besser laufen tatsächlich und ich habe jetzt super 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 viele laternen vergessen an die die sind nicht an guck mal die laternen aber da wird es nicht sehen weil es alles klar dass das gut also hier sind laternen die haben wir einfach keinen strom und es liegt daran dass die ganzen noch nicht fertig gebaut sind also das wird gar nicht so problematisch werden ansonsten hier sowas eigentlich thermes konstruktionsbüro ist ja aber sonst keiner also einzelne leute durchaus mal einzelne kleine baustellen durch mal eben hier durchklicken ansonsten wieder zu löchrig da wird die zufahrt gerade gebaut okay hier auch gut aus das ist auch auswandfähig irgendwie das nicht funktioniert so das waren die ganze fußwege die fußwege auf der seite können wir jetzt tatsächlich auch machen weil der die straße jetzt fertig ist hier ist schon vorwärts gekommen das ist alles neu das ist ja auch mit straßenleuchtung das dauert tatsächlich eine weile das ist sicher nicht mal eben ich habe die immer parallel gemacht einfach hin und auch raus das und machen wir das was gebaut werden kann es direkt zu bevor es wieder nicht funktioniert thermes konstruktionsbüro aber der kolonne schüttgüro fertig und hier ebenfalls noch mal schüttgüro aber der kolonne thames konstruktionsbüro so kommen jetzt einen kleinen fußweg lang hier vielleicht auch mal zustande ich sehe gerade hier wäre auch sie nicht irgendwo da ist wahrscheinlich gar kein genau hier stimmt auch irgendwas nicht gemacht oder doch ist gut dass ich beauftragt hier das ist nicht beauftragt so ok wir schreiben den 13 april 1996 dann haben wir erst mal ein bisschen was gemacht hier fußwege verschiedenste arten werden jetzt hier noch gebaut und die nächsten straßen projekte aber es zeichnet sich durchaus ein m-bad könnte ich mir echt lange angucken ja da macht schon irgendwie spaß ja genau okay die treffen sich jetzt hier sogar schon die bauern von der seite schon weiter das wird nicht mehr allzu lange dauern nicht mehr hier wird jetzt material gebracht alles klar so putzky feuer jetzt das ist hoffentlich gar nicht so stimmen kurz gucken thema straßen wir arbeiten straken auf wo das sieht gut aus ja das war ja hier sehr lästig hier mit verschiedenen wüschlich problematiken ach so die füge selber belaufen werden da ist schon keiner beauftragt jetzt aber das ist ja zum aus der haut fahren das muss ich noch eben machen also wir haben pustky bürokies und arbeiter das soll das einfach alles machen und wenn es lange dauert dann dauert es eben lange da kommen wir nicht dran das haben wir schon gedacht dann müssen wir den 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 die wichtige kirche tatsächlich dass das ist alles klar so dass wir sagen jetzt auch die bearbeitet ansonsten geht es doch ins trago die mit der straße weg teleportieren ich liebe es hier passiert so auch feuerwehr wo haben wir denn hier mal eine beispiele tschuldigung die komplette bungalow parkanlage hier in tabu ist fertig geworden leute natürlich wohnt hier keiner aber das würde ich ganz gerne mal eben in angriff nehmen auch wenn das vielleicht euch gerade das was ich ursprünglich machen wollte aber das ist mir nicht ganz wichtig also wir nehmen wir mal ein gebäude in bester wohnlage und wir verdoppeln jetzt mal die bevölkerung von tabu oder verdreifachen sie haben wir irgendwie eine möglichkeit die bewirken von tabu wie vorher zu sehen wahrscheinlich nicht natürlich nicht weil ich keine ich glaube das war lächerlich wenig das waren irgendwie unter 100 auf jeden fall und wir nehmen jetzt dieses gebäude und haben wir hier noch die dorfspielung da finden wir doch gerade auf die kümmer abreißen haben wir hier eine neue bürger wurde gebaut steht für den gleichen zweck habe ich das schon mal gemacht das kann sein dass das verloren gegangen ist mit einem spielabsturz neulich oder sowas ne ich hatte neulich mal nicht richtig gespeichert bei einem spiel hatte ich auch angesagt das mag sein dass das von dem kaum noch so ich würde sagen wir bauen nie noch einen gehweg komplett rum bisschen die bestandung aussehen und wären wir dann noch einen von diesem buch vielleicht hinstellen bei zeiten aber ich würde sagen jetzt guck mal jetzt haben wir nicht auch arbeiter im gemeindeamt 150 leute aber nun jetzt hier wir können wir gucken wie viel haben wir einziehen lassen sechs häuser sind das produkt ist ein trugschluss das sind arbeiter hier also sechs arbeiter und häusern und das sind mehr personen also drei vier fünf sechs sieben acht neun mal 16 54 leute die werden zuziehen lassen aber auf jeden fall und die familien von denen wurden ja auch noch kommt sie in die anzeigen lassen ja kann man ein baby wohnt hier noch zwei kinder erwachsene bei den eltern kein auto okay so viel ist es gar nicht nicht stimmt die familien dass das funktioniert die frauen sind hier erwerbstätig also jetzt nur um kinder und das sind drei zusätzliche also 457 leute damit zu ziehen lassen dann haben wir doch einen ganz ordentlichen gewinn gemacht würde ich sagen der kann jetzt dann auf der fußballplatz gespielt werden und auch im heizwerk geht es wieder und sehr schön hier sich ein flugstau würde ich zumindest hinterfragen wollen ja in der tat ist irgendwas kolossal kaputt wo man ja auch das so ist ich müsste das mal wieder vernünftig steuern also die zwei stehen sich im Weg stehen die Frage ist schon wieder und die Frage kann ich gar nicht oft genug stellen wo kommt der hierher das beginn Signale an oder wollen warum ist also wie kann das passieren so muss man fragen man darf in diese kreuzung nicht einfahren ohne sie direkt wieder zu verlassen er muss also eingefahren sonst am zeitpunkt wo er hier hätte frei reinfahren können aha aber er hat wahrscheinlich gleichzeitig das er ist hier angekommen warum fährt er nicht einfach in die andere rein dass das vielleicht nicht nachvollziehen kann oh man wie machen wir das wie machen wir das ich glaube wir werden zwei spurs den bahnhof einfach befahren ab sofort das mal wie folgt also ich habe jetzt wirklich keine lust mehr darauf wir fahren jetzt hier nur noch rein in den bahnhof und hier nur noch raus aus dem bahnhof mit check mit check und hier machen das gleiche so Bahnhof einspurig vor Bahnhof bitte warten gleich kreuze nutzlos geworden damit wir drehen diesen Zug einmal um warum dreht dieser Zug sich nicht um warum dreht dieser Zug sich jetzt verflucht doch mal um was macht er denn da du fährst du hinten rum raus und irgendwie suchst du dir einen Weg du willst schon wie ich finden und du darfst jetzt hier reinfahren und dann hoffe ich dass hier hinten mein gott hier steht schon alles still immer ein falsches Gleisinger setzen warum willst du jetzt nicht weiter das ist doch was ich weiß nicht ob die kreuze ja doch ich lass die kreuze mal da bezüglich Gleisbau arbeiten so dann kann jetzt hier der die rolle pommesbude ihr werk tun wie viel essen gibt es denn hier so oha 160 tonnen essen gibt es wie viel kann die pommesbude kann nur 69 tonnen fahren eigentlich müsste die pommesbude mehr Wagen bekommen würde ich sagen die hat ja eine eine menge an essen zu verarbeiten die sind überhaupt die Rohstoff oh schlecht ist die Rohstoffversorgung ganz schlecht ist sie sogar wir haben ja gar nichts mehr wieso ach so ja warum haben wir wohl gar nichts mehr ich nehme an dass hier irgendwo eine Zugladung voll mit Getreide steht der Bioburbezug klar hier steht 220 Tonnen und hier steht auch die Schnapskutsche die ich ja sehr sehr gerne ein bisschen Schnaps haben würde so ok wir fließen jetzt hier rein und da hinten wieder raus ja geht besser aber ganz ehrlich geht auch schlechter was ist das hier der Schlachtzug der hat immer noch 47 Tonnen Fleisch vom letzten Mal an Bord es scheint also gar nicht so einen großen Bedarf an Fleisch zu geben vielleicht nochmal Fleischenexporte machen oder Putzki Feuerwehr ich weiß es gibt immer so viel zu tun also wir haben hier so groß die Fleisch ist hier gar nicht der Schlachtzug das ist das Problem äh das ist das Problem mit dem Schlachtzug die sind sehr getaktet der soll am Getreidebahnhof aufladen und dann hier entladen ok hm ja gut der wird natürlich jetzt voll dann hält er wieder genau das was da noch hier drin ist wird er noch haben ne kann man hier ein zweites na zweites Blütengröße das wäre gut oder wir exportieren tatsächlich einfach ich glaube das ist das Beste wir schneiden jetzt immer so eine kleine Schippe ab wir haben einen Kühlwagen hier das ist sehr schön äh wir wollen gern genau wir haben das Kühlschrank oh wir haben das schon drin das Frühstück Blattenlager Stahllager Bretterlager Fleischlager 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 entladen auf 10% hm das verstehe ich nicht ganz warum tue ich das Zollhaus kaufen wir Fleisch wir kaufen noch Fleisch ach so das ist das ist unser Mindestbestand ja das ist das Problem import und export wo das gleiche Vertriebsbüro macht das sollte man auch immer erinnern heute die die große steinwallische Folge gesehen zum Thema optimierung von Vertriebsbüro wird bei demnächst auch mal fällig aber da gibt es definitiv viele Dinge auf die ich mehr Lust habe als hier drauf Fleisch exportieren einmal checken einmal checken einmal checken Fleisch exportieren Export von Import von Ressourcen wir haben tatsächlich sieben Tonnen Fleisch importiert dieses Jahr ja und das ist das Ding das ist ja dieses Notfallnetz was ich glaube ich nicht abschalten möchte deswegen werden wir kein Fleisch anfangen zu exportieren höchstens über irgendeine Ecke noch mit einem weiteren Kühlhaus ne Leute wir lassen das einfach sein wir brauchen auch kein Geld ein bisschen schade wenn die Züge redundant sind aber wir brauchen einfach kein Geld gerade wir wissen eh nicht was wir ausgeben sollen deswegen kein Problem mal hier bauen wir noch irgendeinen Anschluss sehr schön da ist die Hauptstrecke schon mal abgearbeitet das heißt wir können hier bald auch ne jetzt zwei so Klüngels die nicht angeschlossen sind Schüttgüter bauen ok dann müssen wir eigentlich komplett anders machen machen wir so und so und den Rest reißen wir ab und hier wird dann noch mal etwas komplizierter aber auch die Baumwärtsentfahrung äh nah zu nah an ok das wollen wir nämlich auch jetzt mal so allmählich zu einem Abschluss führen soll ich mich vielleicht dann tatsächlich auch mal mit beschäftigen gleich da haben die Umfahrung und dann können wir hier jetzt auch nochmal ich hoffe das jetzt über die Baustelle fährt und dann haben wir es doch so Feuerwehr jetzt gehe ich nicht über los ziehen nicht 4.000 Euro ein Feuerwehr hier haben wir auch noch ein ach so das ist alles von der Feuerwehr äh ne das ist das Seating Plant was wir hier gebaut ich kann mich schon gar mehr erinnern hier ist eine Feuerwache auf jeden Fall ich würde sagen wir schauen mal eben was wir hier haben ob wir das hier aufwerten oder ob das ein Provisorium ist ich kann mich tatsächlich gerade nicht daran erinnern wie ich das gebaut habe aber das ist noch nicht lange her okay ach so wir wollten hier ich erinnere mich eine bessere Verbindung haben dass die Arbeiter hier von der Bushaltestelle hinkommen das scheint gelungen zu sein zumindest kommen die Arbeiter hier von der Bushaltestelle hin und warum gibt es diese Straße warum gibt es diese Straße sehr sehr gute Frage ich habe keine Ahnung was diese Straße gibt die könnten wir auch einfach abreißen aber wir haben uns bestimmt was dabei gedacht ich glaube die war eine Umfahrung während wir das hier gebaut haben den Heating Overpass kommt irgendwas an naja also wie dem auch sei wir bauen jetzt zumindest den Gehweg aus ähm ähm solange wir April haben und die Heizung nicht benötigen vor allem und kommt wir bauen jetzt auch hier Kies und dann sieht so nun zum eigentlichen Thema der Feuerwache also diesen Feuerwache welches Gebiet deckt die ab die sehr klein ne also ist eine Feuerwache mit zwei Feuerautos soll die deckt Kollater noch nicht mal komplett ab die deckt definitiv mal die Zentrum ab und Lito ab und auch hier unser kleines Industriegebiet Moment ist das komplett drin wirklich ja aber hier die neuen Gebiete von Kollater sind nicht angeschönter Feuerwehr in Kollater wäre eventuell was ähm wir gucken mal eben gerade noch weiteren Feuerwehr gebunden die wir vielleicht haben ja also eine Feuerwehr in Kollater sollte man vielleicht bauen da haben wir auch Leute jetzt eigentlich und und da ist auch eine Very Small Fire Station in Tabovi die war glaube ich dazu da da mit abzudecken ja das tut sie auch die kommt sogar bis zu einem Teil von Strakow noch ok ok und habe ich hier auch noch eine Feuerwehr wir müssen oder irgendwann Feuerwehr haben ja genau hier ist auch noch die Vietri Feuerwache die sollte auch ganz gut funktionieren die Feuerwache Vietri deckt ab Tabovi deckte sogar noch mit ab kommt sogar noch mit in den Kreisputzki rein also einzig was nicht abgedeckt wird ist ja der Partner wobei der wahrscheinlich sogar auch abgedeckt wird wenn da die ganzen Straßenbauarbeiten fertig sind also ich muss sagen hier noch eine kleine Feuerwache hinzubauen halte ich kann kein Fehler sein da ist ja auch ein Chemiewerk ne ich finde da sollten wir in den Bußhaltestellen nähe und die Busserstände sowieso hier einfach nur eine Feuerwache hinbauen tut kein weh noch mal was viel Großes aber hier ist ein großes Chemiegelände da hinten ist auch noch Strakow ich glaube hier sollten wir ein Feuerwehr hinbauen Feuerwehr ne very small wollen wir nicht dieses Kruzgar die ist doof die irgendwie hässlich mal die nehmen hier ich würde jetzt gerne eigentlich sehen wie die Dinger aus und wie sie fertig sind ne komm wir bauen die hier so und die können wir im Prinzip ja dies Jahr an alles angeschlossen hier ne ich hab hier kein Strom stimmt aber eher noch was das hatte ich das letzte Mal schon am Ende der Freude auch war das hier Strom das ist was wir vielleicht dann doch noch irgendwann machen wollen kommen wir nie gehen hier vor Kopf vor dieses Lager aus der Verschweinbar möglichst wenig Platz da kommen wir locker noch hin von der Fußrechte her und wir kommen ne wobei ja das macht uns natürlich die Möglichkeit kaputt die vielleicht dann doch irgendwann uns um zu entscheiden und dann doch ein Gleis zu bauen dann gehen wir mal so nehm ich hier einfach nah dran und bauen hier nochmal unsere Feuerwehr auch hin und zu guter Letzt ich mach das vielleicht recht noch über den Strom ne wir haben schon 47 Minuten darum zu guter Letzt bauen wir noch eine in Kohlatar äh kurz eben bezüglich heizen hier an der Stelle die ist ganz sicher nicht bereits äh okay das lass ich glaube ich irgendwann später mal zum Problem werden ein Kohlatar wo man eine Fallwache haben die können wir irgendwo hin wo es echt schnutz egal bauen wir sie doch einfach hier in den neu geboren aus dem Kohlatar gefällt mir voll gut irgendwie da müssen wir noch so ein bisschen hier oben hoch wachsen lassen aber diese lose Häuseransammlung ich bin generell schön dass die Städte so ein bisschen eigene Charakter haben die kleinen Dörfchen das äh war das was ich basiert hatte das ganz gut funktioniert dann gehe ich hier die Feuerwehr auch hin dann geht sie nicht wir wollen die gleiche übrigens nochmal jetzt hier wie eine andere Stelle dann bauen wir sie hier außen das ist ebenso ganz wichtig cooler Tante kann dahin gebastelt werden jetzt äh zumindest mal einen Blick auf den Strom werfen also wir wollen eigentlich nur ein Verteilerkasten der hier alles bedient beziehungsweise hier oben weiß ich nicht Elektrifizierung von Strakow wäre auch noch was ne naja guck mal hier kann ich mal eben den den letzten Anschluss bauen die werden ja auch schon fleißig naja alle nicht aber ich sehe hier auch schon Vereinsfeld äh Fußwege so was machst du du bringst zum Beispiel Gieß am Fußweg sehr gut so wir sind hier schon bei der Verbindungsstraße das heißt wir gehen aufs Öl zu und so weiter also ich glaube hier vielleicht auch zwei Stromkästen ein für das Frag auf und das Ölfeld und einen hier unten für den kompletten Part da kann man nicht viel falsch machen mit wo holen wir mit dem Spannungsstrom her wo haben wir überhaupt mit dem Spannungsstrom wir haben hier oben eine Hochspannungsleitung wir haben ja im Prinzip hier verliert sich die Sprung ich bin doch ganz schrecklich aus eigentlich Leitungsbau ne Leitungsbau optimieren ist noch fast ne ganze Wolke mhm ok also hier gehen wir von oben ran an Wirraff und an Wirraff und an Wirraff und so weiter ist eigentlich schlecht ich würde sagen wir gehen nicht hier irgendwo raus hier das hier scheint mir das Ende zu sein von dem aus wir weiter arbeiten haben wir hier jetzt noch Möglichkeiten ein Hochspannungsmaß rauszuholen ja Gott sei Dank ok dann machen wir das jetzt kommt pfeift doch auf überziehen wir machen das jetzt einfach wir bauen die Hochspannungsleitung entlang der Straße ich denke das ist eine sinnvolle Sache und dann würde ich sagen gehen wir hier wo das Ölfeld ist hat das Ölfeld keine Straße kann keiner bauen das ist bestimmt auch so achso na 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 das wollte ich glaube ich das wollte ich bestimmt nicht anschließen so lange her ok ok dann machen wir es so so und jetzt will ich hier einen Schalter haben und zwar die heißen sehr ja genau die einmal hier direkt raus einmal daraus eigentlich wäre so ganz gut oder ist dann die Hochspannungsmaßquatsch ne dann wollen wir lieber so dann kommen wir auf der anderen Seite hochspannung daraus dann bauen wir den so so jetzt mal ein bisschen Puzzle mit dem anderen so dann setzen wir eine gerade Leitung da hinten dran ja ich habe überlegt der Straße lang zu gehen aber es macht einfach gar keinen Sinn so wir gehen mit dem Bau der Infrastruktur wir brauchen ja auch nicht weiter raus weil wir noch gar nicht wissen wo die Leitung irgendwann landen wird und dann bauen wir ein U-Spannwerk was hier beides versorgt und achso das passt nicht super dann brauchen wir mehr oder wir bauen einfach da unten was was das Öl mit anbinden tut was ist das denn hier achso das das braucht ja auch Strom die Pumpe hm 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 machen wir das das reicht mir tatsächlich also ich will jetzt nicht übertreiben hier von mir das kann das gequist werden wir bauen erst mal den bogen hier um strakow überhaupt wachstumspotenzial für die zukunft zu bieten ansonsten hat strakow hier nichts wofür man hier groß was tun muss hier kommt das umspannwerk dann kommt eine mittelspannungsleitung schon mal von der mittelspannungsleitung schon mal so und dann müssen wir den schalter anbinden das machen wir so vielleicht machen wir es im großen bogen das sieht vielleicht doch manchmal etwas schöner aus okay und dann kommt man noch einen zweiten schalter hinten bauern das machen wir jetzt das ist wieder ein ein projekt wie immer hier dann wollen wir hier noch ein schalter habe ich jetzt beschlossen ich weiß nicht ob es notwendig ist aber nicht kleckern sondern klopfen so sagt man so also aber hier ein mitten in die baustelle warum wir den jetzt sagen warum wir tatsächlich mal eben ohne straßen anschluss das kann gerne nehmen das war falsch wir wollen von oben rein wir bauen erst mal hier ein umspannwerk moment wir wollen von oben so und dann so und das ist ja das ist ja umständlich ohne den kriegen wir den kriegen war ich sehe nichts okay hier wir gehen hier wieder zurück und gehen direkt auf die höhe die wir hier brauchen so machen wir so das ist ein bisschen ordentlicher aus aber so ne achso da ist sowieso gebäude im weg da kommt entschließend aus und vertreten so haben wir das und jetzt brauchen wir noch ein letztes umspannwerk was da unten alles anbindet da würde ich sagen reicht das eigentlich was hier in bauern aber ich glaube trotzdem weiter unten wo das vielleicht hierhin hier warum ich glaube das ist nicht schlecht oder kommen wir noch mal wir rüber das mir vielleicht ein bisschen hier ist doch schön oder und das ganze mit einer mittelsprachseite vielleicht schon wieder eine stunde irgendjemand schrieben euch das gut findet mit den langen folgen ich glaube das geht nicht für alle aber ich kann es manchmal echt nicht in also wenn man bock hat hat man bock wenig doch hier kriegen wir den wie sieht das aus das crossing hier das ist ein desaster das kann ich nicht machen er fühle mich schlecht mit das kann ich nicht machen hier muss ich hinten rum so in das aber alles gebaut werden das darf gebaut werden dass wir dort gebaut werden jetzt müssen wir überlegen ob ich hier naja ich kann es wirklich auswarten so viel gebaut werden ich werde irgendwann daran denken dass diese straße nachgemacht werden muss und dann können wir hier auch sitzen denke ich dann haben wir alles oder ja ich würde sagen wir haben jetzt die folge abdeckung weitest geht gelöst ich glaube irgendwo fehlt noch eine heizung richtung sinne wir haben die die stromversorgung für das gebiet gelöst das ist doch durchaus zufriedenstellend kleinigkeiten auch noch am ende dann haben wir die stunde mehr voll und halb minuten die krieger ja noch abgesessen zusammen jungs und mädels aber mädels wahrscheinlich nicht oder habe ich einen weiblichen zuschauer ich glaube nicht würde mich freuen aber ich kann es mir nicht vorstellen wohnen so aber jetzt habe ich vergessen wie die heißen ja bricke aus seven okay bricke aus 8 bricke aus 7 okay da passt nämlich doch genau eins hin was ich nicht gebaut habe weil da die Kneipe stand etwas zurückgesetzt das machen wir trotzdem es ist nicht 100 prozent symmetrisch aber es ist besser um es ist gar nicht zu bauen wie ich gesagt warum kann man das nicht vernünftig bauen das gibt es gar nicht ich vorstelle ja nicht geht noch kurz aufgrund der infrastruktur kann das gebäude nicht gemacht werden ich bin viel näher dran irgendwie hier der straßenzipfel will nicht ja ich glaube ich muss das mal wieder platt machen was ihr noch nichts dran gemacht worden aber nein es geht hier drum wenn gebäude brennt die wir auf wärmetauschern hatte wird anzunehmenderweise wieder überleben so okay jetzt meine kleine mutige bungalowsiegelung die möchte mir jetzt nicht optisch verhunzen so dann kann man das hier etwas größere und dann lass das sehr sehr schön so tabu wie ja die ganze zebra streiten ist etwas nervig aber fragt mal in strage auf die und wo man in die hdk straßen haben natürlich gar keine zebra streiten das ist etwas netter ich bekomme körperte sprich ohne ende leute ich mache feierabend jetzt ich hoffe ihr hattet spaß heute haben wir das geschafft und dafür morgen denken uns dann ein neues komplexes projekt aus ich denke nach und nach und wieder alles durch optimieren ist sicher keine schlechte idee in diesem sinne leute bis morgen und ciao